Animierte GIFs erstellen Mithilfe von Programmen wie Screen2GIF kann der Bildschirminhalt aufgezeichnet und als animiertes GIF exportiert werden. Screen2GIF läuft unter Windows und kann unter der Adresse www.screen2gif.com als portable Version oder zum Installieren heruntergeladen werden. Beim Starten erscheint ein Menü mit drei Kacheln zum Mitzeichnen des Bildschirms, der Webcam oder des Zeichenbretts sowie einer Kachel zum direkten Öffnen des Editors. Über Optionen rechts oben können viele Einstellungen des Programms angepasst werden. Öffnet man den Rekorder zum Aufzeichnen des Bildschirms, erscheint ein transparentes Fenster. Alles, was innerhalb des Fensters angezeigt wird, schneidet Screen2GIF mit, wenn man auf den roten Aufnahmebutton in der unteren Leiste des Fensters klickt. Das Fenster lässt sich beliebig skalieren, um nur den gewünschten Bildschirmausschnitt aufzunehmen. Hat man die gewünschte Aufnahme gemacht, beendet der Stop-Button unten rechts den Mitschnitt und öffnet den Editor. Die Einzelbilder, Frames genannt, werden in der Bildleiste im unteren Bereich angezeigt. Unerwünschte Frames kann man im Menü oben im Reiter Bearbeiten entfernen. Unter dem Reiter Bild lassen sich unter anderem einzelne Frames mit Texthinweisen einfügen. Ist man mit der Vorschau zufrieden, kann das animierte GIF unter dem Reiter Datei mit der Kachel Speichern unter und dann dem Button Speichern rechts unten exportiert werden. Mit den Encoder-Einstellungen können nach Bedarf die Dateigröße und Qualität des exportierten GIFs beeinflusst werden.